Kaua! Baga meine Herzen! Baga meine Herzen! Hallo! Connecting to Arablayers! Das ist der Rikki, das ist der Peggy und das andere ist der Fully. Wir sind in der Klapse und ich hab mal wieder mal uns finden. Was macht der junge Mann da? Das war mal ein Kampfschrei. Oh, wir haben 20 Leben? Geil! Oh nein! Oh nein! Oh, wieso? Weck! Hast du auch diesen komischen Was war das denn? Was war das denn? Ich kann nach der Wand fahren, Leute! Hä? Oh, sie trifft nicht nach oben! Oh, Rikki, Rikki, Rikki! So! Ey, guck, ich hab noch Rikki gegessen! Ich hab ihn noch aufgefressen! Ja, das schmeckt fett so! Ja, das schmeckt fett so! Ich war letztlich Blutspender und hab dafür Pommesfett gespendet für mich auch jetzt! Das ist wirklich lustig! Muss man bei dir eine besonders lange mit der Spritze neben Rikki! So vom Bau! Space! Ausgerechnet ich muss kommen! Ja, ausgerechnet du musst jetzt um die Ecke kommen! Mr. Burger King! Hey, ich bin, äh... The Angriest Whopper, ne? Also... The Angriest Whopper! Och, komm schon! Babe, wie oft hast du denn eigentlich schon Geburtstag gehabt und du hast Kronen gekriegt! Ich hab nur zweimal reingespielt, dass wir eine Kronen haben! Und ich hab nur eine bekommen! Oh Mann! Was macht denn da denn los, die Runde? Was für eine Geschichte wolltest du das eigentlich erzählen? Du wolltest eine Geschichte erzählen! Ich weiß gar nicht, welche Geschichte du erzählen wolltest! Du hast dann irgendwie gesagt, du willst einen Part aufnehmen, weil du eine Geschichte erzählen willst! Du wolltest eine Stalker-Geschichte erzählen! Ich wollte keine Stalker-Geschichte erzählen! Nein, das hier ist halt nicht! Schreibt in die Kommentare, Rikki ist ein Langweiler! Ja, ich darf's ja nicht! Ach, du darfst es nicht! Ja, weißt du doch! Ja, du darfst es nicht! Fuck! Dann hab ich aber sonst den Part angefangen! Also Leute, es gibt keine Stalker-Geschichte heute leider! Naja, also sagen wir mal so, Fully hat Keggy eine Zeit lang gestalkt! Hab ich nicht! Hab ich nicht! Erzähl keine Lüge! Keggy, war das so? Ja! Nein! Fully weiß woher wo! Eiskalt, ja! Ohne! Also Fully hat so die GPS-Dateien ausgelesen von seinem Handy! Weil er hat ja die Nummer! Wir können ja einfach das Ekligste von allen Sachen, die er gemacht hat sagen, dann fasst das ziemlich gut zusammen! Ich bin morgens aufgestanden, bin nach draußen gegangen und da lag einfach ein Anton-Flüsch von meiner Tür! Einfach so! Weil, wisst ihr, was ich für eine Panik hatte? Ja? Und dann stand da, in Liebe, Fully! Ich wusste halt, wo du warst, ne? Aber Fully hat halt Briefkästchen gesucht in der ganzen Stadt! Nein, hab ich nicht! In der ganzen Stadt! Das ist eine Scheiße, ne? Ich hab wahrscheinlich voll das Stück gebildet dadurch! Ja, ey! Komm mit der Rasse, manche! Eigentlich, eigentlich haben wir nur durch Zufall Keggys gefunden! Das sagst du immer! Sie haben nur durch Zufall Mütten auf einmal in der Wohnung gestanden, nachdem sie das Fetzler eingestellt haben! Sie haben nur durch Zufall einfach einen Tweet rausgesucht, der schon irgendwie drei Monate alt war! Das war der Ding! Sie haben nur durch Zufall alle Briefkisten durchsucht, obwohl nicht der Name da draufsteht! Keggy Keggys! Ich wusste ja damals nicht, dass er Keggys da heißt! Oh, lol! Guck dich das an! Was machst du denn da? Du kannst auch an die Wand! Hä? Ich kann an der Wand helfen! Ich kann mir die Charaktere an der Wand! Einfach angedrückt halt an der Wand! Okay, das mach ich gleich! Vielleicht hat einfach nur... Aua! So was wie der Skateboard-Typ hat so eine Fähigkeit, dass er halt... Pass auf hier, guck mal! Ich kann hier so hüpfen! Doink! 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 Au! Au! Keggys! Ja! Alter! Alter! Wie Spider-Man haben wir da runtergesprungen! Alter, Keggy! Nee! Du kletterst auch über den Text drüber! Du kletterst auch über den Text drüber! Über den Text? Oh, lol! Aber ich fahr auch gemacht über den Text drüber! Ah! Fuck! Jetzt kickt er mich auch noch weg! Was ist denn los mit euch? Ich fühl mich voll gefocust von euch! Alter! Ich bin wie so eine Schwille, die an der Decke rumkrabelt und sich unterlässt! Ich bin wie der, der immer gewettet hat, jetzt haben sich alle gegen ihn verlaufen! Jetzt ist es genau da rausgekommen, wo ich geklebt habe! Ah, wie krank! Alter! Was? Ihr köpft mich doch über alle! Wie? Die Spinne! Ich bin die Spinne! Ich bin die menschliche Spinne! Hast du den besseren Namen? Ich bin die menschliche Spinne! Oh mein! Alter, Fully bist du schon raus! Alter, Fully bist du schon raus! Ja! Ich hätte das Gefühl, ihr alle habt's voll auf den Kopf gesehen! Du bist Crocodile Spider! Yes! Oh, Leute! Wow! Wipe down! Wipe down! Wipe down! Wipe down! Nein! Boots, Boots! Oh, Leute! Oh, oh, oh! Oh, oh, oh! Oh, oh, oh! Das ist immerhin eine Leiche! Hört mir den Alter Scheiße! Wie er die halbe Gummizelle zucht hat hat! Warum ist der für die Ladung nicht kaputt? Oh nein! Was ist mit euch los? Was war das? Ich hab nur einmal geschlagen! Da hängt der Keggy einfach ab! Warum ist der für's so schnell?! Ich hab ne Kogodil vollgeschaltet. Wie nice ist das denn? Neues Kogodil. Rematch, ne Rematch, ne Rematch. Nice! Ich hab kein neuer S-Shake. Ich bin auch neuer S-Shake. Jetzt pass auf, da ist er. Alter. Oh mein Gott. Alter. Der sieht richtig evil aus. Der S-Shake, oder? Dann guck ich mal, ob Reptor an der Decke klappern kann oder so. Wahrscheinlich weiß ich, glaub nicht. Ich guck, ich guck, ich guck. Ah, ihr habt die Geschwindigkeit erhöht. Haben wir? Ja, von 8 auf 16. Ach so. Ach so, die Startgeschwindigkeit, ne? Das ist nur die Startgeschwindigkeit. Ah, wieder die geilste Map von allen, Alter. Der Panzer. Mit der geilen Mucke. Mein Katon ist mir eingestellt. Ah! Ja gut, Leute. Die Zeichentrickserie war schrecklich. Am Anfang gab das Zeichentrickserie? Von Nanny. Echt? Ich kenn nur die echte Serie. Ja, da gab's dann auch ne Zeichentrickserie, die war richtig schlecht. Echt? Ne, ich verwechsel das gerade mit Mr. Bean. Ja, dann mach ich das gerade mit Mr. Bean. Echt mal. Dann kannst du es wagen. Dann kannst du es wagen. Dann kannst du es wagen. Friend Fine, Alter. Friend Fine ist super. Die ist richtig fein, die Alte. Oh, wieder runterslidet, ey. Oh, fuck. Oh, oh. Nein. Der Gabe. Nein. Nein. Alter. Was ist los? Was ist los? Was ist los? Ne, Liga. Fast. Dammit. Nee, Glück. Nein. Nee, Glück als neu. Komm doch her. Hol ihn an. Also, na nicht. Oh, look. Wer war der denn? Nein. Was war mit dem Ball los? Halt auf. Halt auf. Halt auf. Geh mal weg. Geh mal weg. Geh mal weg. Verpisst. Ich wohne mit dem Ball. Lass du davon. Wie so ein Anime-Charakter, der voll wütend ist. Ich war Salty. Ich habe den Super-Side. Komm her. Hol ihn mal. Guck, geil. Dandy. Der Schlimme ist der ganze Speed. Heeh. Wie so ein Hund. Fuck. Oh, Mann. Nein. Du hast mich mit aufgefressen. Fuck. Fuck. Alter. Double kill. Und sogar aufgefressen. Oh, Mann. Nee. Ich spiel nicht mehr Raptor. Ich häng hier ab. Was macht die so? Warum spielst du denn nicht mal Ego Raptor? Alter, nein. Fuck, werd ich wieder da bitte. Johnny. Womit? Keine Ahnung. Johnny? Äh. Ich meine. Johnny? Warum magst du Ego Raptor nicht? Ich mag ihn nicht. Was? Er mag Ego Raptor nicht. Kann man den? Hä? Hey. Diskussion. Möge er beginnen. Ja, ja. Verstehen. Das sehen wir uns auch schon. Unentspannt, Karst, ne? Unentspannt, Karst. Unentspannt, Karst. Unentspannt, Karst. Du erinnerst mich grad an einen Dickey Ritter mit den Klamotten. Also mit den Klamotten. Ja, das sind die Klamotten des Mutes. Ja, genau. Klamotten des Mutes! Digitiere dich! Du! Nein! Aufgeschlagen. Was haben wir denn bei dem Amorei immer geschrien? Digit, Amorei des Mutes, erstrahle! Ach, erstrahle... Der kriegt ja sowas Zähl a Again, oder? Ja, na na na, na 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 na, na 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 na.... Ich kann mir endlich... Äh, äh, Mae, füff, 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 füff mal, das sieht an. Das sagst du ja nicht. Slice and diced. Fick mal Titanic Musik ein. Warte mach ich. Nein machst du dich. Tschüss. Tschüss. Tschüss ihr Ficker. Hast du die gerade Ficker genannt? Nein der möchte du falsch. Achso. Hat er nicht gesagt. Hat er nicht gesagt.